Morgen, Röme-Mühner-Smoothie, nochmal Tomatensalat mit Zwiebeln, diesmal ohne Knoblauch, weil für Arbeit und Avocado. Letzter Rest vom Schützenfest vom Brownie und eine Mango zum Snacken. Ja, das ist mein Salat, den ich gerade esse und das schmeckt total lecker und frisch dank dem Basilikum. Yummy! Der Tomatensalat war echt super lecker. Ich muss unbedingt mal gucken, wie ich das noch gehaltvoller hinkriege, dass es noch länger ein bisschen satt macht. Seitdem wackele ich immer relativ schnell wieder Hunger danach. Für Frühstück und Lunch. Meckern und natürlich mein Zitronenwasser. Hi Leute! Ja, ich bin mit dem Fahrrad gerade nach Hause gefahren. 21, irgendwas Kilometer. Und jetzt trinke ich erstmal ordentlich Wasser, damit ich wieder Feuchtigkeit meinem Körper zuführe. Und dann esse ich gleich ein bisschen Melone. Und dann muss ich noch einkaufen gehen für unsere Burger heute. Ich freue mich schon voll tot. Bleib dran! Hi Leute! Ja, ich bin hier allein. Die Sonne scheint. Ne Quatsch, es zählt ein Gewitter auf. Ich weiß nicht, ob wir es schon erzählt haben, aber jeden Donnerstag kochen Sophie und ich eigentlich zusammen. Ja, und meistens ist es so, dass ich am dritten Tag zu Hause bin. Ich war mit Fahrrad fahren. Und dann warte ich. Und die Zeit vergeht. Ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Zwischendurch gönne ich mir Melone. Und irgendwann um 8 oder sonst wann kommt Sophie dann endlich nach Hause. Damit wir endlich mit dem Essen machen können. Und das Tollste jetzt an dieser Raw Challenge ist, ich kann schon ganz viele Sachen vorbereiten. Es ist nicht ganz so viel Arbeit. Und wir müssen nicht mehr kochen. Und sie kommt hin. Wir klatschen alles zusammen. Und wir können essen. Mein Leben macht endlich einen Sinn. Cheers, würde ich sagen. Guten Appetit! Ich weiß nicht, wie du das Eis reinkriegst.